Hallo, jeden Tag begegnet uns Wissen. Jeden Tag nutzen wir Wissen. Aber was ist Wissen eigentlich? Und kann man Wissen übertragen? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich die Wissenstreppe von Klaus Nord mitgebracht. Die erste Treppenstufe sind Zeichen. Diese können Zahlen, Buchstaben oder auch Wahrnehmungen sein. Die zweite Stufe sind Daten. Diese entstehen, indem man Zeichen in eine Reihenfolge bringt. Die dritte Stufe sind Informationen. Informationen entstehen, indem man Daten eine Bedeutung zuordnet. Die vierte Stufe der Wissenstreppe ist das Wissen. Wissen entsteht durch die Vernetzung von Informationen. Wissen ist dabei allerdings subjektiv. Und durch die Subjektivität kann es nicht übertragen werden. Wissen hängt sehr stark vom Erfahrungsschatz des Individuums ab. Die fünfte Stufe der Wissenstreppe ist das Handeln. Über das Anwenden von Wissen mittels Motivation entsteht Handeln. Die sechste Wissenstreppenstufe ist die Kompetenz bzw. das Können. Kompetenz entsteht, indem man richtig handelt. Die letzte Stufe der Wissenstreppe ist die Wettbewerbsfähigkeit. Hierbei ist entscheidend, dass man einzigartige Kompetenzen aufgebaut hat und Sachen besser kann als andere. Klaus Nord gibt uns nicht nur eine Definition, sondern eine Anleitung fürs Wissensmanagement mit seiner Wissenstreppe. So kann man das strategische Wissensmanagement von der Wettbewerbsfähigkeit abwärts zum Wissen betreiben und das operative Wissensmanagement vom Zeichen zum Wissen aufbauen. Ich hoffe, mit dem kurzen Video konnte ich euch einen guten Einblick in die Wissenstreppe geben und hoffe, dass ihr damit Bezüge zur Unternehmenspraxis herstellen könnt.